Ey, ey, Alter, willst du mich verarschen? Du blödes Arschloch, Alter. Seit einer Woche likest du keine Kommentare mehr von mir, keine Beiträge, keine Bilder mehr. Ey, hast du einen Schlag? Ich brauch Likes. Ey, das ist wichtig, und wenn du mich nicht likest, du Arsch, dann like ich dich auch nicht. Ey, Alter, sorry, ey, ich bin jetzt auch auf Instagram, ey. Ja, und hab ich auch noch einen Haufen Leute. Ey, und da muss ich auch noch liken und Beiträge kommentieren. Ja, es ist stressig, ey. Dieses soziale Netzwerk war schon, dann war ich eine Zeit lang krank. Ich hab keinen Bock gehabt, ey. Entschuldige, dass ich dich nicht geliked habe. Ey, das tut mir echt leid. Sorry, Mann, ich weiß, das ist wichtig.